Orbital Supermax von Jordan Ellinger Gelesen von Cecilia Wings Übersetzt vom Star Citizen HQ und Star Citizen Base Episode 1 Psychologie ist Krieg. Man betritt einen Raum. Manchmal, weil man die Wahl hat. Manchmal, weil man aufgeflogen ist, medizinischen Bedarf von Medbay zur Gefangenenkrankenstation umgeleitet zu haben. Dann sitzt man seinem Feind gegenüber, während er versucht, in den eigenen Kopf einzudringen. Hm, muss ich Sie daran erinnern, fragte Kayla Wyrick, Nylans Psychologin, dass diese Sitzung ein Verstoß gegen die Vereinbarung ist, die Sie mit Captain Fieras getroffen haben, um sie aus einer 4x4-Meter-Zelle rauszuhalten? Sie hatte einen langen Hals und ein schmales, aber hübsches Gesicht, das sie zu jedermanns liebsten zivilen Vertragspartnerin machte. Ihre blonden Locken waren kurzgeschnitten, aber mit Stil. Wie Kayla Wyrick wagte jeder der in OSP4 eingesperrten Affen etwas Neues. Sie war jung für eine Therapeutin, vor allem für eine hier draußen im Benchy-System. Ich verstehe nicht, warum Fieras auf diese Sitzung besteht. Ich bin Schmuggler und nicht psychisch krank. Nylans Psychologin kreuzte die Beine und lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück. Also, wenn ein Schmuggler alles wäre, was Sie sind, bin ich mir sicher, er hätte Sie ganz einfach gefeuert oder an eine Zelle geworfen. Aber Sie haben eine Geschichte, nicht wahr? Nylant nahm einen Schluck Eiswasser und stellte das Glas auf den Tisch vor sich. Da war ein großer Bildschirm hinter ihr, der eine Sternenkarte zeigte. In wenigen Stunden würde Lerona, der Planet, in dessen Lagrange-Punkt sie saßen, in der unteren linken Ecke auftauchen. Natürlich hatte sie seine Akte gelesen und womöglich hatte sie auch die Videos der Feuerexplosion gesehen, die das Leben seines Bruders gefordert hatte. Er ärgerte sich darüber, dass Dennis Tod so öffentlich gemacht wurde. Wären wir Minenarbeiter in irgendeinem namenlosen Asteroidengürtel gewesen, hätte sich niemand um die Details gekümmert, dachte Nylant. Aber wir waren Piloten. Der Beste und der Zweitbeste auf der Akademie. Und als er starb, hatte ich die Medaille bekommen, die seine hätte sein sollen, weil ich auf der besten Liste immer hinter ihm war. Dieser Unfall entpuppte sich als eine Goldmine für die Seelenklempner, die Nylant in all den Jahren seitdem gesehen hatte. Alles, was er tat, wurde mit dem Hinterbliebenen-Syndrom oder Verlorenen-Zwilling-Syndrom oder einer beliebigen Anzahl anderer Persönlichkeitsstörungen gekennzeichnet. Jetzt, als Nylant mit der Hand in der Keksdose erwischt worden war, überschlugen sich Firas und Weirig darin, es anders zu nennen als das, was es war. Ein Verbrechen aus Gier. In Nylant brodelte es. Oh, ich will keine weitere Minute mit dieser Therapie verschwenden. Ich würde meine Zeit lieber in einer Zelle verbringen. Er sah seine Psychologin an. Sie wissen, dass das Rouge, das sie tragen, Schmugglerware ist? Die Jungs benutzen das Pigment für ihre Gefängnis-Tattoos oder benutzen es für irgendwas anderes. Und ich denke, wir sind fertig für heute, erwiderte Kayla Weirig, tippte ein paar Tasten auf dem Pad und ließ den Bildschirm dunkel werden. Doch was war das? Ein kleiner Blitz, als wenn jemand ein Streichholz in einem dunklen Raum entzündet, lenkte Nylants Aufmerksamkeit auf dem Bildschirm hinter Weirig. Einer der Sterne begann sich zu bewegen. Er wuchs von einem kleinen Punkt auf die Größe eines Knopflochs, nahm an Geschwindigkeit zu und schoss an der rechten oberen Ecke des Schirms aus der Sicht. Das Ganze dauerte vielleicht fünf Sekunden, aber es hatte ihn deutlich mehr Zeit gekostet, herauszufinden, was er gesehen hatte. Nylant wurde von seinem Stuhl in Richtung Weirig katapultiert. Sein Gewicht traf sie an der Schulter und warf sie mit ihrem Stuhl um. Einen Herzschlag später wurde die Station heftig durchgeschüttelt und die Lichter flackerten kurz auf, bevor sie ausgingen. Eine Welle überhitzter Luft sprengte die Abdeckung der Klimaanlage weg und machte den Weg frei für ein Flammenmeer, das das abgedunkelte Büro in alle möglichen Schattierungen von Orange hüllte. Die Notbeleuchtung an den Wänden ging an und beleuchtete den Raum schwach, sodass sich beide wieder sehen konnten. Ach, was ist passiert? fragte Weirig. Nylant rollte sich von ihr weg und kam auf die Knie. Wir sind von einer Rakete getroffen worden. Aus irgendeinem Grund haben die automatischen Verteidigungssysteme nicht reagiert, um den Angriff zu verhindern. Die Notbeleuchtung wechselte von Rot auf Gelb und blitzte in einem Muster, das zur Tür führte. Eine unaufgeregte, computergenerierte Stimme sprach von überall auf einmal. Lieutenant Weirig, als der höchste Offizier an Bord des Orbital Supermax Detectives 4 haben Sie nun das Kommando. Bitte folgen Sie den gelben Lichtern auf das Hilfskommando-Deck. Puh, Lieutenant Weirig? Das ist ihre Gehaltsstufe, nicht ihr Rang, sagte Nylant sarkastisch zu dem Computer. Zivile Angestellte wurden in derselben Größenordnung wie das Militär bezahlt. Weirig war offenbar ein OS-9, was bedeutete, dass ihr dasselbe Gehalt wie einem Leutnant gezahlt wurde. Aber das war nicht dasselbe, als tatsächlich ein Offizier zu sein. Sie konnte keine Befehle geben oder gar gegrüßt werden. Der Computer hatte einen Fehler gemacht. Und es dauerte nicht lange, bis Nylant realisierte, was das zu bedeuten hatte. Sie waren mit chirurgischer Präzision angegriffen worden. Jeder mit einem echten Rang war bereits tot. Weirig warf das Pad auf ihren Schreibtisch und klopfte auf die Sternenkarte, bis es eine Karte der Station darstellte. Grüne Abschnitte waren unbeschädigt. Gelb bedeutete, dass auf diesem Deck eine nicht-tödliche Lochbildung stattgefunden hatte. Und rot, dass das Budget für das Gefängnisessen gekürzt werden musste. Es gab eine Menge rot. Weirigs Finger tanzten über den Videoscreen. Command, Technik, Medbay. Sie sind alle offline. Nylant trat zu ihr an den Bildschirm. Darf ich mal? Sie starrte ihn an. Dann gab sie widerwillig ihren Code ein. Ohne Zeitverlust wechselte Nylant zurück zur Sternenkarte und zoomte so weit heraus, bis er die Quelle der Raketen ausmachen konnte. Er musste nicht viel scrollen, um ein kleines Freizeitschiff zu finden, das eilig modifiziert worden war, um riesige Raketengestelle tragen zu können. Auch mehrere Kampfschiffe flogen in der Nähe in enger Formation. Ein größeres Schiff lauerte hinter ihnen. Aber die begrenzte Vergrößerung der Station gab nur einen pixeligen Blick frei und Nylon konnte nicht genau erkennen, was es war. Plötzlich wurde das Bild von etwas so großem verdeckt, dass es noch schlimmer verpixelte. Ein Jäger vielleicht, der sehr nahe an der Station vorbeiflog. Hm, allerdings keiner der UII. Nylant probierte die Notfallkanäle durch, aber alles, was er hörte, war ein dumpfes, statisches Rauschen auf allen Wellenlängen. Sie wurden blockiert. Piraten! Ich weiß nicht, was Sie hier wollen, aber es kann nichts Gutes sein. Ist das ein Gefängnisausbruch? fragte Wyrick. Vielleicht. Aber glauben Sie nicht, dass jemand, der eine kleine Flottille wert ist, sofort nach Kellogg-6 geflogen worden wäre? Womit Nylant den berüchtigten Gefängnisplaneten meinte. Stationen wie OSP4 waren zwar Gefängnisse unter Eigenverwaltung, aber auch Futterstationen und natürlich temporäre Unterkünfte für Hochrisikohäftlinge aus den Außenbereichen. Diese werden in der Regel so lange dort festgehalten, bis die Übergabe an Kellogg-6 erfolgen kann. Nylant wandte sich zu Wyrick. Es könnte nur ein Überfall sein. Ist eine Piratenbande einmal zu groß, wird sie sich nicht nur durch Raub der gelegentlich vorbeiziehenden Fracht ertragen können. Eine Station wie diese könnte ein verlockendes Ziel darstellen. Die Gefangenen sind nur ein zusätzlicher Bonus. Oder sie sind entbehrlich, abhängig von den Lauten der Piraten natürlich. Aber gibt es keine Verteidigung? fragte Wyrick. Sicher. Als ehemaliger Quartiermeister des Gefängnisses kannte sich Nylant besser auf der Station aus als alle anderen, die noch am Leben waren. Er schaltete auf das Flugdeck. Schutz schwebte in der Luft. Eine dunkle, menschenförmige Silhouette flog Träger aufgrund der geringen Schwerkraft durchs Bild. Ein schneller Scan markierte eine gezackte Beschädigung der Außenhülle. Die Dekompression war rasch und heftig gewesen, aber zwei Jäger der Station waren noch auf ihrem Landedeck. Puh, sieht aus, als wären wir für einen Kampf nicht gerade gut aufgestellt. Eine dumpfe Vibration und ein dumpfer Schlag halten durch das Deck überall um sie herum. Nylant spürte, wie sein Magen wie im Aufzug von der Schwerkraft maitretiert wurde. Das ominöse Zischen der entweichenden Luft durch die Lüftungsschlitze war ein Zeichen dafür, dass sie mehr Schaden genommen hatten, als die Systeme der Station reparieren könnten. Und das bedeutete, dass das Atmen ziemlich schnell ziemlich schwierig werden würde. »Wir müssen hier raus«, sagte Nylant. Widerwillig folgte Kayla Wyrick ihm aus der Tür auf den Flur. Der Schaden war umfangreicher, als sie gedacht hatten. Leitungen hingen wie Dschungelianen von der Decke und sprühten Funken auf den Boden. Die Luft roch nach Ozon und verbranntem Gummi und war unangenehm heiß, als ob ein Feuer wüten würde. Die Gänge waren leer und dunkel. Abgesehen vom gelegentlichen Blitzen und Brutzeln der Verdrahtung. Der Computer leitete die beiden zum äußeren Kommandostand. Doch Nylant hatte einen anderen Plan. Er wandte sich zur Seite, um den Hochsicherheitsblock des Gefängnisses zu erreichen. »Hey, was machen wir hier?« fragte Kayla. Sie standen vor einer roten Metalltür mit einem Tastenfeld in der Mitte. »Die Kommunikationssysteme sind ausgefallen und das bedeutet, es gibt keine Möglichkeit für uns ein Notsignal zu senden. Wenn wir nicht Glück haben und jemand uns einen außerplanmäßigen Gefangentransport schickt, ist die früheste Hilfe, die wir erwarten können, in zwei Wochen hier. Hier zu warten ist also keine Option. Nylant ließ seinen Ton bedeutungsvoll werden. Und vor allem nicht für sie. Weirik tippelte unbehaglich hin und her. »Aber es gibt 1600 Gefangene und 200 Mitarbeiter an Bord dieser Einrichtung. Wir können sie nicht zurücklassen.« Nylant unterdrückte seinen Ärger. »Okay, du bist eine Therapeutin und ich bin ein Quartiermeister. Keiner von uns ist ein Held. Es gibt immer noch zwei Jäger auf dem Flugdeck. Wir können sie nutzen, um aus dieser Station zu entkommen und die UII zu warnen.« »Okay, aber... was machen wir dann hier?« »Ein paar Helden besorgen«, sagte Nylant mit einem Grinsen auf dem Gesicht. Er hatte ein wenig herumgeschniffelt, als er angefangen hatte, Material zum Gewinn zu verlegen. Nur für den Fall, dass er je ein wenig Hilfe von innen brauchen würde, um eine schnelle Flucht zu gewährleisten. Jedes offizielle Dokument, das Nylant in seine Hände bekommen hatte, besagte, dass der Kerl, den sie nun im Begriff waren, zu befreien, der beste Pilot an Bord dieser verdammten Station war. Er war ein Ex-Militär, sodass die meisten der Dateien, die Nylant gefunden hatte, geschwärzt worden waren. Aber Nylant hatte eine Liste seiner erhaltenen Medaillen. Und so ziemlich die einzige Medaille, die der Kerl nicht hatte, war die, die man für das Einfangen einer Kugel bekam. Das Öffnen der Tür des Hochsicherheitsbereiches war wie das Öffnen eines Ofens. Eine Wolke über hitzter Luft drohte ihre Gesichter zu verbrennen. Deshalb drehten sich Nylant und Weirik unwillkürlich weg. Es gab keine sichtbaren Flammen im Durchgang, aber einige der Kunststoffblenden an den Wänden quollen heraus und verzogen sich. Geben Sie mir Ihre Karte, sagte Nylant mit einem Wink mit seiner Hand. Nylant, sagte Weirik. Du kannst doch nicht... Doch. Nylant nickte in Richtung des Durchgangs nach unten. Keine Sorge, ich komme wieder, ich haue dadurch nicht ab. Das ist nicht das, was ich meinte, antwortete sie, aber gab ihm die Karte trotzdem. Nylants Instinkte sagten ihm nicht zu gehen. Die Hitze war zu intensiv, die Luft war nicht atembar. Doch er ignorierte dies. Sicher wäre er in der Lage gewesen, einen anderen Piloten zu finden. Aber dieser Kerl war der Beste und Nylant war davon überzeugt, dass ein anderer sie töten würde. Er kroch so niedrig, wie er konnte, an der gegenüberliegenden Seite der Wand entlang, aus der der zusammenziehende Kunststoff quoll. Aber es war fast unerträglich. Er zählte zwei Türen und benutzte Weiriks Karte. Das Panel wechselte auf grün und die Tür glitt auf. Nun würde Nylant herausfinden, für welche Art vom Mensch sie ihr Leben riskierten, um sie alle zu befreien. going down,